Ich bin Laura, ich bin 21 Jahre alt und studiere hier an der Uni Koblenz Deutsch und Englisch auf Lehramt für das Gymnasium. Das Besondere an meinen Fächern ist, dass es eben beide sprachliche Fächer sind, also man sehr viel sprachlich sich auch weiterbildet, gerade in Englisch natürlich auch viel Neues lernt, was die verschiedenen Sprachvarietäten angeht. Es ist relativ abwechslungsreich. Hier in Koblenz ist halt alles sehr familiär, man kann sehr vieles zu Fuß erreichen. Der Campus ist relativ übersichtlich und man kommt sehr schnell mit einem in Kontakt und man kann aber auch ganz gut feiern gehen und in die Stadt, in der Altstadt auch mal ganz nett sich abends treffen. Hier in Englisch hatte ich einen Sprachkurs und da konnte ich einen Schwerpunkt wählen und da habe ich mich für American English entschieden, was ich ziemlich spannend fand, weil ich gerne mal nach Amerika reisen möchte und dort auch mein Auslandssemester verbringen will. Deswegen fand ich das ein ziemlich cooles Seminar. Generell würde ich sagen, sind die Studierenden hier sehr nett und auch sehr zugewandt zu uns Studierenden. Die Fächerkombination von mir ist perfekt für Leute, die gerne Sprachen lernen möchten, die gerne viel lesen, besonders auch Lektüren in Deutsch, denen das vielleicht in der Schule schon gefallen hat. Und das ist auch gut für Leute, die gerne einfach sprechen möchten, weil man muss einfach viel sprechen, gerade im Englischen ist sehr viel Kommunikation involviert. Und das ist auch gut für Leute, die gerne in der Schule, die gerne in der Schule, die gerne in der Schule,